Willkommen, willkommen. Hier entlang. Bleibt zusammen, Brüder. Was ist mit unseren Kameraden? Wir gehen nicht ohne sie. Ihr könnt ihnen jetzt nicht helfen. Bitte kommt hier entlang. Wir werden euch bald alles erklären. Zurück. Na kommt, Mädels. Zurück, zurück hier bei Clive Borgers Jericho. 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 Und dem Herrn Lück. Und einem Kreuzritter. Der vor uns läuft. Es ist eine Falle. Und der uns eine Falle gestellt hat. Das Schicksal eurer Freunde ist eure letzte Sorge. Ach, du Schande. So ein Riesenvogel. Ach, du Schande. Guck dir den an. Ich bringe euch die Heidin, die befohlen euer Gnaden. Eure Hingabe und eure Heimdiener für den Herrn wird reich belohnt werden. Du und deine Männer habt euch euren Platz im Königreich des Himmels mehr als tausendfach verdient. Sei kein Narr. Er lügt. Er versucht, das Erstgeborene zu befreien. Schweig, Hexe. Du wagst es, den Seraphim Gabriel anzusprechen? Erhebe dich, mein Sohn. Es gibt immer noch viel zu tun für unseren Herrn. Selbstverständlich, euer Gnaden. Es wird mir eine Ehre sein. Was sollen wir mit den Kätzern tun? Ähm, am Leben lassen. Wenn ich hier herauskomme, dann werde ich... dann werde ich deine Seele fressen. Werf sie den Kindern vor! Kinder? Es muss noch einen anderen Weg hier raus geben. Ja. Aber woraus? Das Ganze wird immer durchgeknallter. Definitiv. Wir müssen den Weg geräuschlos freimachen. Dein Einsatz, Billy. Lasst mich vorausgehen. Die werden nicht einmal merken, dass ich da gewesen bin. Okay. Okay. Da ist einer. Halt den Anmarsch! Ja, wir wollten das doch geräuschlos machen. Geräuschlos! Das war ein bisschen zu laut. So. Gehen wir mal wieder in Billy rein. Sollen wir nach unten gehen oder nach oben? Nein. Da lang. Ich denke, wir machen das Geräusch. Geräuschlos. Das geht nicht geräuschlos. Glaube ich auch. Das heißt... Hier kommt wohl nicht mit, oder wie? Das heißt, wir müssen hier oben lang. Aha, wir sind den falschen Weg gegangen. Verstehe. 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 Schau, 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 schau! Achtung. Direkt dort. Boah, sag mal. Da ist noch so ein Heswuchs. Achtung, da knallt gleich. Ja, ja. Ich gehe jetzt mal vor. Gelber Punkt, gelber Punkt. Aha. Oh. Ein dummes Hirn. Achtung. Wie viele kommt denn da von euch noch? Wenn wir schön auf den Kopf ziehen. Hoch. So. 280 Schuss. Das ist nicht viel. Kein Feind in Sicht. Ihr könnt kommen. Kommt. Kein Feind in Sicht. Hä? Hä? Da müssen wir noch gucken, dass sie nicht von hinten kommen. Au. Da geht langsam meine... Da geht langsam meine Munition aus. Achtung. Geht weg, geht weg dort. Okay, ich helfe dir. Mehr Munition. Oh. Irgendwie hat's erwischt. Oh nein. Shit, ich hab nicht aufgepasst. Oh, aber wo muss man denn jetzt? Hier entlang. Bleibt zusammen, Brüder. Oh nein. Was ist für unseren Kameraden? Wir gehen nicht ohne sie. Ihr könnt ihnen jetzt nicht helfen. Bitte kommt hier entlang. Wir... Okay. Dann gehen wir mal. Das war ein Scheißpunkt. Was zur Hölle war das? Da vorne ist einer. Da ist noch einer. Auf den Kopf schießen. Genauso. Hat funktioniert. Okay. So. Am besten ist es echt immer auf den Kopf zu hauen. Oh! Platze! Sieht doch nicht gut aus mit Ammonition. Blödes Arschloch! Geh weg! Okay, so wie es aussieht, seid ihr beide clean. Das ist gut. Matsche, Peter! Das müsste doch mal reichen jetzt. Immer noch nicht. Ja, ja, ja. Das waren alle. Hat ja lange genug gedauert. Wir müssen hier weiter. Hier weiter. Kommt! Und jetzt müssen wir hier einfach nur die Stellung halten. Warte mal, wenn ich jetzt auf Black gehe... ... 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 Ja, sehr gut. Oh, laden nach. Schnell, schnell, schnell. Uah. Okay, wie viele sind das noch? Schnell, laden nach. Geh weg dort, Mädel. Wow. Was? War das schon alles? Na, das reicht ja wohl, oder? Sieht nach Ärger aus. Sieht nach Ärger aus. Definitiv. Das sieht nicht nur so aus. Das ist auch Ärger. Lad lieber nach, Baby. Ich geh mal vor. Seid ihr da? Okay. Sieht ziemlich labil aus. Ich wette, die könnte Abby locker umblasen. Cool. Au. Puh. Der Superschuss. Okay, ihr Lieben. Wessen Idee war das eigentlich? Noch ein bisschen Action hier. Kurz vorm Schluss. Oh mein Gott, Frank. Steh auf. Ritzeratze. Ritzeratze. Na, komm. Stimmt. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt lebt sie. Ah. Uh. Okay. Komm her. Weiß ich nicht. War's das? Ah. Ah. Ich komm mal lieber zu dir. Wo sind unsere Freundin? Ah. Chuck. Ich weiß nicht. Machen wir noch bis zum nächsten? Ja. Okay. Auch kein schlechter Kontrollpunkt. Kein weit in Sicht. Okay. Dann machen wir hier Schluss. Geiles Spiel. Schön. Schnitzel. Schnitzel. Fetzt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, tschüss.